Jo Leute, ist Garnett hier. Mal wieder zurück mit einem weiteren Video von mir. Hab gedacht, ich werde mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Games lettern, je nach Länge der Games. Und dachte ich zeichne das ganze mal auf, aber ohne commentary, da ich einfach mal wieder gescheit lettern will und das der Account ist, den ich gern mit dem Grandmaster hätte. Und ja, wenn ich kommentiere und dabei spiele, konzentriere ich mich nicht so stark, da ich einfach euch erklären will, warum ich welche Sachen mache. Und deswegen dachte ich mir, ja, ich mache das ganze mal ohne Ton, nehme das auf, schiebe es auf YouTube und ja, denke ich kann auch so dem einen oder anderen weiterhelfen, auch wenn es ohne commentary ist. Denn ja, Bilder sagen ja, wie man weiß, mehr als 1000 Worte. Das ganze hinterlegt mit ein bisschen Musik von Command & Conquer. Ich denke, da gibt es keine Probleme bei YouTube und ja, wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier noch ein Tipp, wie du noch mehr aus deinem Spotify herausholen kannst, und zwar mit Playlist-Ordnern. Klingt vielleicht nicht so wahnsinnig aufregend, ist dennoch ganz praktisch. Du kannst deine Playlists in Ordnern organisieren und dadurch sofort auf genau das zugreifen, was du brauchst. Diesen Menüpunkt findest du unter Datei in Spotify. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020